Liga-Bushto? Das war knapp Alter! Ich bin nicht alt Du chasest mich immer anders grad Oh crap! Der war Sentries Ah, mit einem HP noch in diesem scheiß Schrank geschafft Krank Kranker Schrank Willst du mich verarscht? Hallo! Ja! Hallo! Mein Name ist Master Service Wir erwähnen das nicht in der Gegenwart von BigBeef Machen Sie Ihr Gold! Nein! Du riecht Gold! Jetzt fängt er wieder an Rufen Sie uns allein Es ist kein Scherz, das haben Sie den ganzen Tag schon gemacht Oh, ich bin Mickey Mouse! Haben Sie Gold-Schmuck, den Sie nicht länger brauchen? Den ganzen Tag! Das hab ich nur getan Die Apokalypse... Du wolltest mal sehr lustig machen War nie lustig Klar, aber das ist geil Sambi Mothafricker Ich glaub ich weiß warum wir verlieren, wir haben kein Hubie hier Guter Punkt Ich würd eher andersrum formulieren Wir finden wir mit kein Hubie hier haben Lose because Angie Punkt Angie ist ganz schön lame auf der Map Stimmlich Ja, weil hier gibt's ja nur noch haben wir nicht Angie ist eigentlich mein Name Groben Teil Angie ist broken Und Angie gibt es kaum mehr Floyds Haha Press minor Ja, wir sollen auch mal die Sentries klären Wenn sie lecker schmecken, press ich sie garantiert Sickbody Shots Nachdem man die Maschine ist, ist die größte Noob-Sniper, aber da hab ich meine Meinung Das sind nicht lieber Zeit ich mal so richtig mit dem Sydney lieber gespielt hab Muss ich mal ja nicht mal noch den Kopf zielen Meine Anfangszeit wirklich aktiv gespielt Man kann damit Headshots machen, das geht Obwohl das dir das nicht geht, geht es Das ist mein geiles Geräusch Machst du keinen Schaden Ja, guter Punkt Aber das war's dann auch Wärst du jetzt die Treppe runtergefallen und hättest den Fallschaden genommen, dann hätte ich dich ausgelacht Was? Das hätte jeder Angie, was machst du? Wir haben Haben die sogar da eine Sentries stehen? Entries überall Sentries irgendwo Er spammt meiner Gelegenheit Da haben wir zwei Engis Unten aus der Ecke Ach, Scheiße So sickbody Shots Er ist halt ein Prost, Necker Man sieht schon hier, Razorback, äh, kein Gold und Goldene Jibus Der weiß, wie man ein Schnapper spielt Jibus Wenn es nicht gibt es Jibus, ich hätt immer Jibus Es ist sowieso was von nur Deutsch Englisch Wenn alles, was du hier auf Deutsch aussprichst, ist nur ruhig Jibus Der der Räumungsbescheid Beste Wachbefehl Ach, Gefehl Saftbefehl 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 Ach, Gottes Will Saftbefehl Kraftbefehl Der Räumungsbescheid Mich lädt gerade jemand von Redux ein TF2 zu spielen Bitte? Ja Cool dass das Team noch existiert Ja Ja, habt ihr einen Member der Grand Prix heißt? Äh, nein Da ich Capri wonne Hab ich ihn Schade, das ist wohl nicht das Ästereidax Ist der Reduxpunkt alles klein? Nö Alter, der muss doch kaum gehen Und er kriegt mich noch, weil Ernsthaft? Warum? Ich stamm einfach weg Aha Gucken, wie viele Leute jetzt schreien werden Äh, nein Nein, nein Aber wer wollte denn da bitte ja? Bei so einem Crade, keine Ahnung Ich nicht Alle Schönen Sieger Na, das ist zufort, jeder will zufort Ja Ja Jawohl Bevor das die letzte Bevor das die letzte Maps Ach, der Scorch-Shot ist schon geil Ich mein, der macht Flächenschaden Ja Das war's als Und du trägst einen Backpliner Ja Ja Problem Also wer das gesehen hat Hast du ein Problem wieder damit, dass ich die Backpliner benutze? Ein wenig Reven Sentries down und lieber Ne, hab dir jetzt eh verloren Wir brauchen mehr Ingeniers Wir brauchen mehr Ingeniers Victor Stolz auf mich Dass ich nicht letzter bin Oh, TooForge Yeah, TooForge Dann darf man mit dem Floristinatter spielen Oh fuck, im Schnapp, Alter Unleicht Unleicht ToForge Nicht meine Schuld Nehmen wir jetzt eigentlich auch wieder bis 23 Uhr Auch Oh Oh Das war unsichtbar Von mir aus? Wenn die Leute vorher alle abhauen, dann natürlich nicht Weil alleine hab ich keinen Bock auf die Scheiße Warum, wie im Bett ist es denn? Ich hab gar keine Uhr Es ist halb ein Halb elf Ja Gott, ne halbe Stunde geht auch noch Dann, da 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 Ihr seid ja halt noch so jung, ihr müsst dann ins Bett Na ja, ich weiß nicht Icky's on the Flooor Ich hab das jetzt nicht weitersehen Ich hab ne, 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 ich hab ne ein Tuchwort da kann man sich verlaufen.de du kommst du irgendwo raus und du redest jetzt ein das oder hinwolltest und wirklich das ist ganz anders ich habe mir Ferdinand verlaufen genauso als ob man so in der Küche verlaufen würde wenn man eine mehrstöckige Küche hat dann könnte man sich ja geisterlich mehrere Frauen halten so eine intelligente Idee das ist wie ein Zoo die Tiere im Zoo mehr Rechte haben Menschen haben Rechte? nein die Tiere haben Rechte also die Frauen nein die Tiere welche Tiere? und so und wenn ich nicht gewählt und von Köln weil mich ihr damit aber das mit dem Kölner zu holen man will es sich im Spiel da kann der Benz ist halt nix man was kannst du eigentlich ja er hat getroffen ja voll nicht ja das hat noch von neulich ja ja voll nicht ey ich hab kein Moderna-Mobber-Igu gegen treffen aber nein 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 eine Interpretation von einem der fing Teenie ich bin so ein scheiß Ja. Profix, Sniper. Ja. Was meinst du, wieso? Weil er in unseren Matches konstant Sniper spielt. Ja, wir haben vorhin gemixt. Oh Gott, er gibt mir einen 2-Shot. Wir haben vorhin gemixt, Profix hat nur gesniped. Ja, das macht aber auch in unseren Officials. Er spielt auch von Mitte, spielt er Scout, und dann switcht er, egal welche Situationen vorherrscht, immer Sniper. Meinst du, wieso ich mittlerweile 2-in-1-Scout-Situationen überleben muss? Egal wer das war, ich hab dich am Fenster gesehen. Na ja, gut, heute werden wir getroffen haben. Erstens trifft die ja nicht mal gescheit. Wie so ist ein Flock Pyron unserem Spawn? Weil das zuvor ist. Weil das zuvor ist. Guck mal so gefunden, ne? Drei Worte. Bebeef. Raus. Das ist die beste Waffe im Spiel. Das habe ich mich gefunden. Kann ich mir bedanken. Hm. Ach, Mann, wo ist... Äh, 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 äh. Ach, hallo, Ben. Ich will... Da ist jemand hinter dir. Hallo. Kannst du da gerne noch vergammeln? Nein. Kannst du da haben... Wie das Gegner Schatz, die meint die auch denjenigen, der den Koffer trifft? Na, die fände mich mal ein bisschen Sieg. Oh mein Gott. Raador. Lass mal Ruhe. Ich will grad mal gegen Jack out und so. Es will grad mal gegen Jack out und so. Wo sind ja? Jack out. Los. Jetzt reicht. Da ist ein Dämon bei uns dann. Das ist mein Ruhm. Hey, Dot SMG. Ich gratuliere dir zu diesem tollen Rang. Ich mach dich nicht. Ich töne seine Räder halt. Ich töne seine Räder halt. Oh, hallo, Scout. Nein, ich will dich in Team Red. Ich finde das mal so lustig. Du kannst Scouts einfach so einfach austricksen und dann mir leiden. Soll ich noch einmal Seeker-Headshot? Kraft, gell? Razer, geh weg. Meine Fass. Warum stehst du an meiner selben Stelle? Das macht es nicht so wirklich schwer. Hallo, 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 hallo. Ich stehe auch nicht gerade. Ich hab 4 Kills und 6 Tote, sag mal Razer. Das ist ja unser Spawn, da rein ich nicht vor Campen. Das können wir jetzt aber mal. Das ist nett. Jetzt auch Razer. Fuck. Nein, ich will nicht sterben. Was zu spammen. Oh Gott, ich hab fast einen tollen Mühbereich. Wo ist deren Intelligenz? In ihren Köpfen. Daher das Feil hin zeigt. Hey, innen getroffen. Bist du in mein Messer gelaufen? Nö. Doch. Oder mein Messer ist in dich gelaufen. Ist auf die gleiche. Natürlich keine Menschen, wenn du die taunen. Das hat zwar keinen Stil. Das hat zwar keinen Stil. Aber es geht. Oh Gott. Das hat ja öffert. Das hat das einfacher. Logistinator 50 HP 50 HP 50 Sieh! Uns! Grüß mich, Leute! Äh, Scout hinter uns! Mit Intel! Wir haben viel zu lange nicht geredet! Ja, ähm... Was willst du auf dem Mapchen reden? Oh Gott! Wie viele Sniper dort? Ich schau gar nicht, ich sag's dir! Das war's! Ich hab dich doch ge... Achso, du bist ein Medic! Du hast mich ja noch nicht getroffen! Oh! Genau! Jetzt müssen wir wieder das Hit-Geräusch anmachen! Mhm! Was packt denn an deinem Muster rum? Okay, jetzt! Secrets! Jetzt! Nuklearbewusstfälle auf einmal Oh, schade, Siege Die Pfanne! Vielen Dank Auch wieder schön laut gewesen Gänzen wir doch mal nach 5 oder 6 oder 7 Oder 8 Okay, jetzt schon Du hast aber ziemlich viele Brezeln bei dir, wa? Das ist eine riesen Packung gut und günstig Salzbrezel Sehr beschützend Wir hatten immer noch einen alten TS-7 eine Brezelbode oder so War das bei dir aus von TS-7? War das bei dir und trailers War das bei dir19.com War das bei dir und的人 War das bei dir19.com